Hallo, ich bin Laila. Thema Coronavirus. Wie kann ich mit meinen Kindern über das Coronavirus sprechen? Heute werde ich Ihnen den ersten Schritt erklären. Stellen Sie offene Fragen und hören Sie zu. Laden Sie zunächst Ihr Kind ein, über das Problem zu sprechen. Finden Sie heraus, wie viel Sie bereits wissen, und folgen Sie Ihrem Beispiel. Wenn Sie besonders jung sind und noch nichts von dem Ausbruch gehört haben, müssen Sie das Problem möglicherweise nicht ansprechen. Nutzen Sie einfach die Gelegenheit, um Sie an gute Hygienepraktiken zu erinnern, ohne neue Ängste einzuführen. Stellen Sie sicher, dass Sie sich in einer sicheren Umgebung befinden und lassen Sie Ihr Kind freisprechen. Zeichnen, Geschichten und andere Aktivitäten können helfen, eine Diskussion zu eröffnen. Am wichtigsten ist, minimieren oder vermeiden Sie Ihre Bedenken nicht. Achten Sie darauf, Ihre Gefühle anzuerkennen und Ihnen zu versichern, dass es natürlich ist, Angst vor diesen Dingen zu haben. Zeigen Sie, dass Sie zuhören, indem Sie Ihnen Ihre volle Aufmerksamkeit schenken, und stellen Sie sicher, dass Sie verstehen, dass Sie jederzeit mit Ihnen und Ihren Lehrern sprechen können. Danke fürs Zuhören. Bleibt gesund. Tschüss. DERRAND DERRAND 관